Hallo Freunde und herzlich willkommen, mein Name ist CationIP und Plexus wird mir dazwischen quatschen, glaube ich. Ach ja. So, Plexus auch mit am Start. Und ja, ich miete mir hier gerade ein tolles, tolles Fahrrad, damit wir jetzt endlich einen anderen Job wählen können, denn wir haben ja gar keinen Führerschein. Da kein Fahrschullehrer online ist hier die ganze Zeit merkwürdigerweise. Und deswegen werden wir uns jetzt einen Job suchen, wo wir kein Auto benötigen. Mein Fahrrad wurde schon vermietet. Ja, dann komm. Ja, ich brauche ein neues Fahrrad. Ja, dann los. So, äh, Rentbike. Jupp, ich fahre schon mal. Wir treffen uns da. Jojo. Letzter Name, das ist ne Kackwurst. Ein Kackstift. Ne Kackwurst. Ach hier, die epische, epische Abkürzung. Mal gucken, ob ich das wieder so schaffe, wie im letzten Bart. Konnte über die Dächer fliegen. Das war richtig geil. Ja, ich bin nochmal gespannt, ob ich wieder gegen die Hausmauer fliege. Boah. Keine Ahnung, Blaze. Scheiße. Was los? Oh, ich bin gegen den Baum gefahren. Ich wollte hier, äh, schön drüber springen. Diesmal schaffe ich das. Ich will keine Kackwurst sein. Ich muss mich beeilen. Scheiße, ich glaube, das ist die falsche Richtung. Ich glaube, ich bin die Kackwurst des Tages heute. Ja, hat doch auch was. Also, ich bin da. Ne. Na klar. Das ist doch gemein. Was gibt's denn da für Jobs? Guck doch mal ein bisschen. Äh, ja. Ich steig derweil mal ab. Ohne Führerschein am besten. Jobs. Ja, das wäre was. So, Arbeitsamt. So. Dann war das hier, ähm, Schrägstrich Jobs. Erstmal, äh, kündigen. Ja. Du musst noch fünf Stunden arbeiten, um den Vertrag zu kündigen. Na gut, dann lassen wir wieder. Oh, Mann, oh, Mann. Ich dachte schon, unsere Fahrräder sind weg. Also, mein Fahrrad ist weg. Ne, ist wieder da. Ja, dann, äh, würde ich sagen, machen wir Slash-Sub. Brauchen LKW-Fahrlehrer. Wir können aber nebenbei suchen oder gucken. Ja. Äh, wir können jetzt schon mal zum Job fahren. Vielleicht geht das ja auch ohne Führerschein, was ich aber bezweifle. Äh, ja, probieren wir es doch einfach mal. Ja, probieren wir es einfach mal. Slash-Navi, was war das? Müll- Müllabfuhr? War das nicht? Ne, Mülldeponie oder Müllhalde? Ich glaube, Deponie. Jo, Mülldeponie. Depo- Kommst du, Blazeball? Ich kann nicht mehr tippen heute. Warum nicht? Weiß nicht. Wenn es jetzt bei der Mülldeponie ist, ist die Oberkackwurst. Wow. Wirst du die Oberkackwurst sein, Blaze? Nyaung. Ich nehme die Abkürzung. Och, die nehme ich schon die ganze Zeit hier. Glaube ich dir nicht. Boah. Das war ein 360. Mist. Ich komme hier nicht hoch. Kommst du da hoch? Gerade mit Mühe und Not, du. So, ich muss erster sein. Wir haben uns eindeutig anfangs den falschen Job ausgesucht. Ja, ich weiß auch nicht, ob man als Nuti so viel verdienen kann, wenn hier keine Menschen sind. Ach, das machen wir über eine Webcam. Hast du gehört? Der Supporter schreibt gerade einen Moment. Vielleicht findet er ja irgendwie noch ein paar Lehrer. Wo kann ich mich herunterfahren ohne Probleme? Das Ding ist nur, was machen wir, wenn der scheiß Führerscheiß 6.000 kostet? Ähm, dann haben wir die Arschkarte. Ja, glaube ich auch. Wow, wow, die Straße ist ja nicht fertig. Pass auf, Blaise, die Straße ist noch nicht fertig. Ja. So, wo geht's denn hier zum Mülldeponie? Ich bin ja völlig falsch gefahren. Ich weiß es auch nicht. Also, ich bin jetzt gerade wieder bei der Fahrschule. Echt? Ja. Also, ich bin schon Richtung Mülldeponie. Oh Gott, wo ist die denn? Ja, aber wo eingesperrt? Ach, da geht's weiter. Lehrer, einer ist online. Cool. Okay. Ach, Hallöchen. 7400. Also, muss ich den jetzt auch anrufen, oder wie? Ja, Slash Call. 7400. Du kannst nun T zum Telefonieren benutzen. Jo. Was schreibe ich da jetzt? Hey, du alte Kackwurst. Ich brauche einen Fahrlehrer. Ich brauche LKW-Führerschein. Wo ist denn hier die Fahrschule? Die war doch hier irgendwo, oder? Jo. Wo ist sie? Folgen Sie mir unauffällig. Bei mir läuft gerade die Zeit ab. Mietvertrag vom Fahrrad ausgelaufen. Das waren aber keine 20 Minuten. Tja. So, wo langt denn jetzt? Äh, geradeaus. Und da ist auch die Tankstelle von vorhin. Okay. Na komm, lauf schon, du, du kleine Stück. Hat dir der schon zurückgeschrieben? Der geht nicht ans Handy, schreibe ich gerade im Superort. Ach, jetzt. Na, hebt ab. Hier ist die Fahrschule. Äh, Führerschein in SF. Wo denn? Na hier, bei dem Flugzeugträger. Ah. Wo ist denn hier der Flugzeugträger? Ach, ihr. Tja. So, also ich warte hier schon mal bei den Autos. Da steht eine geile Karre. Bist denn du jetzt da? Ja, hinten wieder bei den Autos. Da, wo wir vorhin auch die ganze Zeit standen, da kommt ein Fahrrad gefetzt. Yeah. Hat dich der jetzt angeschrieben? Ja, ja, ich schreibe gerade mit ihm. Na, mir schreibt er nicht zurück. Ja, dann schreibt er auch gerade mit mir. Ach so. Na, wenn das auch geht. Wie siezen sich hier alle? Echt? Was steht hier? Pablo E. Fahrlehrer, bitte. Duty, danke. Was ist denn, wenn ich hier Schrägstrich Duty eingib? Ja, nix. Du bist ja kein Fahrlehrer. Ach, ich glaube, das ist er. Wie heißt denn der Typ? Äh, Pablo Comora. Ich glaube, das ist er nicht. Die wollen uns ja alle verarschen. Ich glaube auch. Aber er schreibt, ja, er kommt. Können wir den auch gleich miteinander machen oder nacheinander? Äh, nacheinander. Na, super. Hang up war, glaube ich, das Ding, ne? Jo. Yeah. 20 Dollar kostet der Anruf. Das ist ja ein Bucher hier. Pass auf, jetzt kommt der an, der Hampelmann Blaze, ja? Und sagt, der kostet 6.000. Weißt du, was wir da machen? Weißt du, was wir da machen? Dann überweist der andere dem anderen Geld und geht Müll einsammeln. Na super. Dann überweist du die Kohle dann wieder zurück. Oh man. Ich fahr mal nach vorne mit meinem fetten Bike. Meinst du nicht, der kommt hier hinter? Ach, weiß ich nicht hier. Meine Kiddies weiß man nie, die hier spielen. Ach, er schreibt mich an. Äh, ganz normal würde ich über T schreiben, oder? Jaja. Schreibt, wir warten schon auf den LKW-Führerschein NSF. Er soll sich doch gerne mal zu uns bemühen. Äh, mein Gesprächspartner hat aufgelegt. Na toll. Dann würde ich sagen, machst du erst mal hier deinen Führerschein, ne? Ja, wenn er irgendwann mal kommt, würde ich das gerne machen, ja. Ich fahr so lange einfach im Kreis, Blaze. Wir können uns ja so lange ein bisschen assoziieren. Äh, ich hab einen Gehaltscheck erhalten. Wofür? Weiß ich nicht. Ich hab 3600 bekommen. Echt? Ja. Geil, ich will auch. Da kommt gerade so ein Freak angerast. Ja, die wissen, dass wir hier einen Führerschein brauchen. Äh, ich ruf den jetzt noch mal kurz an. Genau. Sag, warten hier schon seit Jahren in der Sitz. Das war die 7400. Haben wir es sogar heilt bekommen? Und ich nicht, du Schwein. Wir auch Kohle haben. Muss man hier auch noch förmlich schreiben? Ach, komm, gib Gas da. Ach, der muss ja erst abnehmen, ne? Bevor ich mit dem Schreiben komme. Meine Güte. Ja, ja, der muss erst abnehmen. Ich höre ein langweiliges Tutner. Weißt du, was ich cool finde? Nee. Ich kann ein Auto beiseite schieben. Ich bin heik. Yeah. Oh, da stehen auch schon LKWs. Lass ich mal wegmachen, dass wir gleich mit den LKWs Leute durchstarten können hier. Ach, ja. Aber ich glaube, das ist verboten, was wir hier machen. Davon mal abgesehen. Ach, ja, du. Wenn wir hier schon so langweilig warten. Ich höre immer noch ein langweiliges Tutten. Hat er abgenommen? Nein, langweiliges Tutten. Ich höre mal die Telefonnummer von dem her. 7400. Ach, es ist kein Fahrlehrer im Dienst. Ach, ja. Blaze, äh, Blaze sag ich schon Cachen. Ich glaube, das wird nichts im Führerschein. Klar, der hat gesagt, der kommt zu mir. Aber der ist ja nicht mehr im Dienst. Mann. Der soll sich mal herbemühen, der Sack. Könnt ihr eben nicht drei Folgen aufnehmen und dass wir haben noch nichts geschafft? Nee, noch gar nichts. Außer ein Fahrrad gemietet. Zwei Fahrräder. Nee, drei. Echt nicht vier. Doch, ich war auch schon im Krankenhaus. Ja, toll. Sollen wir den in die Karre klauen? Ja, genau. Der killt uns. Oh, Mann. Was mich mal interessieren würde, derweil, ich probiere hier mal den Automaten hier aus. Yay, Gehalt bekommen. Alter, ich habe 49.000 Euro, äh, Dollar. Deswegen schaue ich hier gerade mal auf diesen Automaten. ATM war das. Ähm, Kontostand. Jo, 49.750. Ich will endlich dieses Kack-Führerschein-Ding hinter mich bringen. Wie ich das hasse, was hassen die denn? So, ist vielleicht jetzt wieder ein Lehrer im Dienst? Nein, kein Fahrlehrer im Dienst. Äh, wie ist denn das jetzt? Ähm, weil es stand ja da. Fünf Stunden lang müssen wir diesen Job noch ausüben. Ja. Ist das In-Game-Zeit gerechnet? Ja. Ach du Scheiße. Also, ich meine jetzt, also wenn ich jetzt disconnected zähle, die fünf Stunden nicht mehr. Nein. Puh. Man kann sich aber irgendwo in der Ecke stellen und dann irgendwie AFK warten. Aber nach einer Viertelstunde wirst du, glaube ich, gekickt. Schön. Ähm. Wie war das hier? Wie konnte man auflegen? Hang up. Hang. Hang up. Unknown. Lehrer. Schreib mal ein Sub-Ticket, bitte. Das war Sub. Und dann? Sub. Und dann die Nachricht dahinter weg. So, was kommt da? Da kommt einer mit dem Taxi. Und der will nur zum Automaten, glaube ich. Wir sind hier in SF, ne? Jupp. So, ich hab mal hier geschrieben. Hast du geschrieben? Ja. Wir bräuchten bitte noch einen Fahrlehrer in SF. So, ich radle schon mal nach vorne hier. Ich kann nicht mehr radeln. Mein Mietvertrag ist ausgelaufen. Scheiße. Ich warte jetzt mal hier vorne. Da, da, da. Sehr spannend für unsere Abonnenten. Ja, aber das ist, glaube ich, hier immer so die Anfangszeit, denke ich einfach. Ja, weil du auf die Leute angewiesen bist am Anfang. Genau. Kein Lehrer im Dienst. Hast du ein Super-Ticket geschrieben? Jo. Wurde als Support-Ticket gespeichert. Sub. Wir warten seit zwei Stunden. Naja, eigentlich seit einer. Aber eine Stunde warten wir wirklich schon. Ja, könnte man eigentlich so sagen. Aber ich denke mal, dass wir in dieser Folge auch wieder keine Fahrlehrer bekommen. Was? Ich schreibe dich jetzt an. Mit Slash-Sub kannst du zurückschreiben. Nö, 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 nö. Ich lese nur. Was hat er denn geschrieben, der gute Kollege? Nix. Ich lese nur, was die anderen schreiben. Suche, Gang, Mafia. Können wir uns nicht einen Führerschein irgendwie illegal besorgen? Nee, damit habe ich auf Redmix die Leute abgezogen. Ich habe gesagt, hier, ich verkaufe den Führerschein. Für die Hälfte des Kältes. Die haben immer brav gezahlt. Du bist so gemein. Das ist ein Real-Life-Server. Das darf man ja machen eigentlich. Naja. Oder nicht. Ich weiß nicht. So, was hältst du denn denn schon mal von dem Spiel? Also jetzt am Anfang. Haben wir sie davon, dass wir nichts machen können? Ja, das wollte ich gerade sagen. Jetzt am Anfang ist es halt so ein bisschen Fahrt. Ja. Und den hat man voll geworfen mit seiner Maschine. Was? Der ist voll von seinem Moped runtergefallen. Oh, ist ein Bulle. Ich würde gerade angreifen. Ach, der Lehrer ist wieder da. Ach, endlich. Nee, ich call den jetzt mal. Der ist doch hier. Ist der hier? Einmal LKW, please. Mal fragen, was da haben wir an Kohle. Hoppala. Ich glaube, der redet gerade mit dir. Sag einmal LKW, please. Schreib rein schnell, bevor der wieder abhaut, der Sack. Ja, wir kriegen doch noch den Führerschein in diesem Part. Der hat leider Überlänge. Oder wollen wir kurz einen Cut machen? Machen wir mal kurz die Überlänge. Na gut. Das dauert aber ein Weichen, bis wir die Nase stücken. Siehst du den jetzt auch? Nee. Das ist aber kein LKW. Nee. Kommt der denn jetzt her? Was ist eigentlich, wenn ich hier durch die Führerscheinprüfung durchfalle? Ja, wenn das ein Asylärer ist, dann musst du es nochmal bezahlen. Also ich darf hier nicht über rote Ampel fahren oder so? Keine Ahnung. Aber ich glaube, du darfst nicht so offroad fahren. Hat der überhaupt was drauf, der Lehrer? Der tut nichts. Und das Auto, das hat hier leichte Probleme. Es paart sich mit dem Fahrrad. Nein, der labert gerade mit dem anderen. Das Auto hat Zuckungen. Guck mal, kümmerst du dich um sie? Super. Jetzt werden wir hier wenigstens ein bisschen betreut. Das hat sich wegen dem Fahrrad wahrscheinlich. Ich hätte mir das voll weggekickt. 12.000? Ja, da muss ich erstmal was abheben. 12.000 ist aber viel. Aber wenn wir pro Tour 60.000 kriegen, ist das okay, oder? Äh, ATM. Lash-ATM? Äh, auszahlen? Oder kann man das überweisen? Oder muss man das ihm... Nee, auszahlen. Muss man das ihm sofort geben? Ja, ich nehme gleich 10.000 hier. Ja, genau. Ich wollte zwar jetzt 12 holen, auswählen. Beenden. Und muss ich da seinen Namen eintippen? Äh, die ID. Pay ID. Also der, was nach dem Namen steht, ist 46. Okay, dann probiere ich das mal. Pay. Und dann 46, oder wie? Wartet, schreibt er. Oh ja, ich kann immer in tausender Schritte. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Wartet, schreibt er. Wieso bist denn du jetzt nur noch ein T-Shirt, das sich dreht? Cajun, bist du noch da? Ja. Aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich glaube, ich bin gekickt. Wegen Spam. Meinst du? Ich komme gleich wieder rauf. Bis gleich. Hahaha. Ach ja. Ja. Ist das schön. Hast du ihn schon bezahlt? Nein, weil er hat ja geschrieben, warte. Mann, 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 Mann. So, Leute, da bin ich wieder. Ich bin gerade mal wegen Spam rausgeflogen. Jetzt geht es aber locker flockig weiter. Ich duz den jetzt auch mal. Ich hab den nicht geduzt. Ich bin mal höflich. Ach, scheiße, ich bin am Spawn. Äh, da, wo es die Fahrräte gibt? Jupp. Ja, da bist du ja eigentlich gleich wieder da. Mach doch mal den Flucherschein. Sag ich, komm gleich. Ja, ja. Danke. Jetzt immer was, Blaise. Äh, was soll ich erzählen? Ich warte immer noch auf den Typen. Ja, schreib ihn doch an. Ja, er schreibt, gedulden Sie sich bitte noch. Och, ich müsste schon wieder pinkeln, ey. Wie sau. So, Nabi, wie ist das Ding? Fahrschule. SF. Oder nur Fahrschule. Fahrschule. So, da komm ich mal hengeradelt wieder hier. Scheiße, wie viel Kohle habe ich denn jetzt gegeben eigentlich? Äh, bei mir steht 3-mal. Okay, also 3.000 hat er schon. Ätzend, ey. Das ist ja Wucher. Ja, aber wirklich. Also, wenn ich in Real Life hier, ähm, 10.000, nee, 12.000 wollte er haben, ne? Sag mal, ein LKW-Führerschein, vielleicht ist der ein bisschen teurer. Ja. Hahaha. Meinst du nicht? Ey, wollen die anderen beiden jetzt auch einen Führerschein machen? Ihr stellt euch mal schön hinten an. Saftnasen, ey. Ich bin auf dem Weg, ich seh die Fahrschule schon. Ich bin ja nur auf dem epischen, epischen Hügel. Ich muss immer noch aufs Klo. Ja, da geht auch schnell, Blaze. Ja, nee, nicht, dass der mir, mir, mir hier gleich, äh, was sagt, ne? Ab out. Ich sollte einfach vor der Aufnahme keinen Kaffee mehr trinken. So, wo ist der Typ? Hier hinten. So. Wird er denn jetzt sehen? Er will nicht mehr. Ich glaube, der holt sich was zu snacken. Könnte ich eigentlich auch mal machen. Äh, wir wollen hier ein Snack-Automat. Er gibt's dir wieder. Aber warum? Keine Ahnung. Ich will mal was zu trinken. Der holt sich super. Der weiß auch nicht, wie es hier geht. Oh, scheiße, sorry. Der weiß nur nicht, wie er hier startet, ne? Kola abkassiert, oder was? Nee, wie man hier die Stunde startet. So ein Pfeife- Ja, bei dem krieg ich ihn umsonst. Mann, ey. Ah, hier, ah, okay. Hey, die mit den Fahrrädern hier. Okay, ich hab die Stunde gestartet und hab dir 12.000 überwiesen gerade. Äh, was, muss ich hier was eintippen, oder wie? Nee, nee, du kriegst eine Anfrage irgendwie. Okay. Accept question. 12.000 werden dir dann abgebucht. Ah, ja. Also, dann muss ich jetzt warten, bis du fertig bist. Genau. Dann glaube ich, sind mir meine Abonnenten nicht böse, wenn ich hier mal ganz kurz für kleine Blazies gehe. Bestimmt nicht. Nee, ich warte, weil hier, die wird ja nicht allzu lange dauern, hoffe ich jetzt mal. Bin gleich wieder da. Ich bin im LKW. Okay.